Was war das für mich bedrückendste? In der Schule, wo auch immer, eine Äußerung tätigen, die dann unsere Verwandten in die Pedrouille gebracht hätten. Von daher war es fantastisch, sich zu treffen, trotzdem bedrückend, dass man auf all diese Dinge achten musste. Meinungsfreiheit, dann eben fehlende Reisefreiheit. Wie gern wären auch meine Verwandten zu uns gekommen, die Verwandten in den jüngeren Jahren. Und ich habe das Gesamte schon als ein bedrückendes, die Menschen einengendes System in der DDR verstanden und war glücklich, als es den 9. November 89 und die Folgezeit gab. Vielen Dank.